Herzlich Willkommen! Sie machen eine Ausbildung im Bereich Architektur oder sind Umsteiger und möchten das Alplan erlernen. Somit sind Sie hier genau richtig. Wir bilden Sie aus. Das Alplan Basisseminar dauert vier Tage. In diesen vier Tagen erlernen Sie das Alplan anzuwenden im Bereich Architektur. Am ersten Tag lernen Sie die Oberfläche kennen und wissen, wo Sie Ihre wichtigsten Funktionen finden. Die Oberfläche nach Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Sie können die Strukturstufen im Alplan IFC-konform ergänzen. Lernen mit dem CAD-Planungspaket zu arbeiten und wissen, wo Sie Ihre Elemente finden und diese mit den richtigen Eigenschaften in Ihre Zeichnung übernehmen können. Im Laufe des ersten Tages lernen Sie die wichtigsten 2D-Funktionen kennen und wenden diese direkt an einem Beispiel an. Sie können Ihren eigenen Plan zusammenstellen mit Ihren Zeichnungen und wissen, wie Sie die Layer, zum Beispiel die Bemaßung, ausblenden können. Nach Ende des ersten Tages können Sie PDF, DWG und noch weitere Datenformate exportieren. Am zweiten Tag lernen Sie, mit 3D-Bauteilen zu arbeiten. Sie können einen Grundriss mit 3D-Wänden aufbauen und diesen effizient bearbeiten. Sie können 3D-Fenster und Türen in Ihren Grundriss einfügen und diese nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten. Ein Gebäude besteht aus mehreren Geschossen. Am Ende des zweiten Tages können Sie mit der Ebenenstruktur vom Alplan arbeiten und mehrgeschossige Gebäude erstellen. Der dritte und vierte Tag findet zwei Wochen später statt. Somit können Sie im Büro das Gelernte umsetzen und mit frischer Motivation in die letzten zwei Tage starten.